Zum ersten Mal in ihrem Leben fuhr Rieke mit der Eisenbahn und kam aus dem Staunen kaum heraus. Die kleine Garnisonsstadt, in der ihr Vater stationiert war, blieb so schnell hinter dem Zug zurück, dass es ihr wie ein Wunder erschien. Mit leuchtenden Augen wandte sie sich an ihren Bruder. Ich hätte niemals gedacht, dass die Eisenbahn so geschwind fahren würde. Emil von Ganso, der als Sekunde-Leutnant in demselben Infanterieregiment diente, in dem sein Vater Major war, lächelte über die Begeisterung seiner um acht Jahre jüngeren Schwester. Vater hat um Urlaub für mich eingegeben, damit ich dich zur Schule der Schwestern Schmeling bringen kann. Das hat Papa getan? Wie sonderbar. Die meiste Zeit kümmert er sich doch nicht um mich. Über Rikes Mine huschte ein Schatten, dann aber lachte sie leise auf. Gewiss wollte er Großtante Ophelia nicht verärgern, die schließlich die Schulkosten tragen wird, denn die wäre sonst gekränkt gewesen. Weißt du, was Vater zu mir gesagt hat? Ich solle auf der Schule fleißig lernen, um einmal die treusorgende Ehefrau eines preußischen Offiziers werden zu können. Nun lachte auch Emil. Da du als Mädchen kein Soldat werden kannst, ist es in seinen Augen das Beste für dich. Rike senkte betrübt den Kopf. Ihr Vater hatte der Mutter nicht verziehen, dass sie statt eines zweiten Sohnes ein Mädchen geboren hatte und ihr nicht, dass sie eines war. Die Frau eines Offiziers zu werden, war jedoch das Letzte, was sie sich ersehnte. Sie hatte tagtäglich die Eltern vor Augen und wusste, dass die Mutter ohne die Erlaubnis des Vaters nicht einmal zu hüsteln wagte. Auch hatte sie trotz ihrer Jugend gelernt, was es hieß, vom Sold eines niederrangigen Offiziers eine Familie ernähren zu müssen. Auch aus dem Grund war Rike ihrer Großtante Ophelia von Gensch dankbar, dass diese es ihr ermöglichte, in den nächsten vier Jahren die Schule für höhere Töchter besuchen zu dürfen. Vor allem aber kam sie dem Vater nicht mehr tagtäglich unter die Augen und war vor seiner zynischen Verachtung und seinen Schlägen sicher. Wenigstens hast du von nun an die meiste Zeit deine Ruhe vor ihm, sagte der Bruder mitleidig. Und vielleicht wird sich Vaters Laune doch bald wieder heben. Er glaubt, dass es bald Krieg geben wird. Diesen will er nutzen, um endlich zu avancieren. Krieg? Weshalb denn? fragte Rike verwundert. Noch ist es nicht beschlossen, doch in Offizierskreisen sehnt man ihn herbei. Der Dänenkönig will nämlich seinen schleswigschen, holsteinischen und launburgischen Untertanen eine Verfassung aufzwingen, die sie zu Dänen machen soll. Emil wusste nicht mehr über diese Angelegenheit als das, was beim Militär darüber gesprochen wurde, betonte aber, dass Schleswig und Holstein das geschriebene Recht besäßen, so zu leben, wie sie wollten, und der dänische König nicht daran rühren dürfe. Rike sah ihren Bruder nachdenklich an. Und warum rüttelt dann König Wilhelm am Recht der Polen, so zu leben, wie sie wollen? Ich würde der Göhre nur Ohrfeige versetzen, meinte ein dicklicher Mann neben ihnen. Da hörst du es. Sei also bitte still und sage nie mehr etwas dergleichen, mahnte Emil seine Schwester. Rike begriff, dass sie nicht nur sich, sondern auch ihren Bruder in eine unangenehme Lage gebracht hatte und empfand nun keine Freude mehr an der Bahnfahrt. Zu ihrer Erleichterung verließ der Dicke beim nächsten Halt den Zug. Dafür nahmen neue Passagiere Platz, zwei junge Frauen. Du musst mir versprechen, in der Schule kein Wort über Politik und dergleichen fallen zu lassen. Auch wirst du keine Kritik am König, seinen Ministern und deren Handlungen üben. Hast du verstanden? Emil klang so streng, dass Rike ihn erschrocken ansah. Da lächelte er und strich ihr mit der Rechten über die Wange. Bezähme dein vorlautes Mundwerk, Schwesterchen. Es bedarf nur eines unbedachten Wortes und du musst das vornehme Institut verlassen, warnte Emil. Rike nickte. Da die Geschwister ihren Gedanken nachhingen, erstarb das Gespräch und wurde erst wieder aufgenommen, als der Zug sich der Ziel stationierte. Was meinst du? Ob noch andere Schülerinnen der Schwestern Schmeling in diesem Zug mitfahren? fragte Rike ihren Bruder. Wenn sie es tun, müssen sie gewiss nicht in der zweiten Klasse reisen. Emil dachte daran, dass ihr Vater sie sogar in der dritten Klasse hatte fahren lassen wollen und er den Fehlbetrag zu den teureren Fahrkarten aus eigener Tasche bezahlt hatte. Du meinst, die benutzen alle die erste Klasse? fragte Rike erstaunt. Der Zug fuhr nun langsam ein. Wir sind gleich da, sagte sie zu Emil. Dieser lächelte angesichts der Ungeduld seiner Schwester. Es wird noch ein paar Minuten dauern, bis der Zug hält. Und was tun wir dann? Wir besorgen uns eine Droschke und lassen uns zu dem Institut der Schwester in Schmeling bringen. Sobald du dort aufgenommen bist, fahre ich zum Schwan. Da heute kein Zug mehr in Richtung Heimat fährt, werde ich dort übernachten und morgen die Rückreise antreten. Vergiss aber nicht, was ich dir vorhin eingeschafft habe. Rike schüttelte den Kopf. Da die aussteigenden Passagiere der ersten Klasse Vorrang hatten, dauerte es eine gewisse Zeit, bis auch Rike und Emil den Bahnsteig verlassen konnten. Als sie den Vorplatz erreichten, stand dort nur noch eine Droschke. Diese teilten sie sich mit einer Gouvernante und ihrem Schützling, die ebenfalls zur höheren Töchterschule unterwegs waren. Rike lächelte und sah sich das Mädchen genauer an. Gunda war etwas kleiner als sie, hatte ein fein gezeichnetes Gesicht, weißblonde Haare und große blaue Augen. Ihr Kleid war einem Mädchen ihres Alters angemessen, aber aus bestem Tuch und von einer exzellenten Näherin gefertigt. Im Gegenzug musterte Gunda das Mädchen, das ebenso wie sie eine Schülerin im Institut der Schwester in Schmeling werden würde. Rike war schlagsig, hatte ein längliches Gesicht mit einer schmalen, leicht gebogenen Nase und grauen Augen unter dunklen Wimpern, welche einen Kontrast zu der blonden Haarsträhne bildeten, die unter dem einfachen Strohhut hervorluckte. Obwohl sie schlicht gekleidet war, sah man ihr die Abkunft aus adeligen Kreisen an. Sie wirkte für ihr Alter erstaunlich ernst und Gunda fragte sich, ob dieses Mädchen eine Freundin werden konnte. Mit einem Lächeln wandte sie sich an Rike. Kommst wohl heuer ebenfalls zum ersten Mal hierher? Rike nickte. So ist es. Bist du auch neugierig darauf, wie es in der Schule sein wird? fragte Gunda weiter. Rike zuckte mit den Schultern. Man muss es nehmen, wie es kommt. Macht man sich zu viele Gedanken, wird man nur enttäuscht. Es klang bitter und ein wenig abweisend, dachte Gunda. Das Gespräch versandete, noch bevor es richtig begonnen hatte. Nach einer Weile fuhr ihre Droschke auf den Vorplatz der Schule ein. Die beiden Mädchen erblickten ein großes, mit seinen dunklen Klinkermauern streng wirkendes Gebäude mit winzigen Fenstern. Eine mehrstufige Freitreppe führte zum Eingang hinauf, dessen zweiflüglige Tür weit offen stand. Mehrere Dienstmädchen schafften dort das Gepäck der bereits angekommenen Schülerinnen hinein. Die Droschke hielt an. Glaubst du, du kommst allein zurecht? fragte Emil. Wenn sie erlauben, werde ich mich um ihre Schwester kümmern, bot Gundas Gubernante an. Das wäre sehr freundlich von ihnen. Emil lächelte und blickte seine Schwester fragend an. Du solltest nur kurz aussteigen und den Schwestern Schmeling sagen, dass du mich begleitet hast. Dann kannst du fahren, erklärte sie. Ein Dienstmädchen kam heran, um Rikes Reisetasche und Gundas Koffer zu übernehmen. Die Droschken kommen in einer Stunde zurück, um die Begleitung der jungen Damen abzuholen, sagte es. Auf diese Auskunft hin drehte Emil sich zu dem Droschkenkutscher um. Sag mir, was du für diese Fahrt bekommst. In einer Stunde bist du wieder hier, um mich und diese Dame abzuholen. Das geht doch nicht, Herr Offizier. Ich kann doch nicht mit einem Herrn alleine in einer Droschke fahren, wandte die Gouvernante ein. Emil erklärte ihr lächelnd, dass es sich sehr wohl schicken würde, da sie ja beide einen Schützling hier abgeliefert hätten. Dann traten alle vier ins Haus. Im Vorraum stand etliches an Gepäck herum. Es ging durch eine Tür in einen kleinen Saal. Rike zählte außer Gunda und ihr selbst noch etwa 30 Schülerinnen, gleichaltrige und ältere Jahrgänge. Die Frau am Katheder wurde eben mit der zuletzt angekommenen Schülerin fertig und sah den Neuankömmlingen auffordernd entgegen. Sind wohl beides neue Schülerinnen? Emil wechselte einen kurzen Blick mit Gundas Gouvernante und trat, als dieser einen Schritt zurückwich, auf das Katheder zu. Guten Tag, grüßte er. Mein Name ist Emil von Ganso und ich begleite meine Schwester hierher. Dann bist du Friederike von Ganso, sagte die Frau zu Rike, die ihrem Bruder gefolgt war. Das bin ich, antwortete Rike mit einem Knicks. Ich bin Fräulein Paschke und für die Schülerinnen des ersten Jahrgangs verantwortlich. Ich werde euch eure Betten zuweisen und euch mit den Regeln unserer Schule vertraut machen. Während sie redete, trug Helene Paschke Rikes Namen in die Liste ein und wandte sich dann Gundas und deren Gouvernante zu. Ich werde euch mit den Regeln der Gouvernante zu sehen und euch mit den Regeln der Gouvernante zu sehen.